Musik Hey Leute, mein Name ist Ardor und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Ark Survival und der weibliche Triceratops läuft hier neben meiner Base rum, die wir uns in der letzten Folge errichtet haben. Und diese Folge machen wir uns erstmal eine Strohtür und wir brauchen noch ein bisschen Holz für den Türrahmen. Das holen wir uns mal schnell. Und den Mörser, haben wir uns den schon gemacht? Ne, ich glaub nicht. Warte, ich guck sicherheitshalber nochmal nach. Und da hinten kommt gerade ein Drop runter, aber locker können wir den wieder nur mit Stufe 25 öffnen. Und wir sind gerade mittlerweile erst Stufe 7. Obwohl, das ist eigentlich schon recht okay. So, haben wir den Mörser schon? Nein, haben wir noch nicht. Okay. Dann stellen wir uns den direkt her. Dann können wir auch Narkosemittel herstellen. Zack. Und den Mörser. So. So. Ja. Ich find das immer recht nervig, wenn man da erst die Tür öffnen und dann erst hochspringen kann. Deswegen hab ich's jetzt so gemacht. Den Mörser stellen wir jetzt hier hin. So. Dann gehen wir ins Inventar, klicken hier drauf, damit wir nicht ausfallen, die falsche Nummer drücken und das dann wieder hergestellt wird. So. Und dann. Ach ja, unten Akku-Bären brauchen wir noch. So. Ich halbier mal. Ach so, kann man nicht. Okay. Äh, Stapel teilen, halbieren. Und dann. So. Herstellung. Ach, das haben wir noch gar nicht erlernen. Kacke. Doch, haben wir. Jetzt haben wir schon zwei. Man braucht halt fünf Narko-Bären und ein verdorbenes Fleisch. Und um das zu machen, also um eins zu machen und wir können uns direkt in eine neue Kiste machen, dann haben wir hier für alles andere als Essen. So. Man muss sich auch den Sattel nicht die ganze mit mir rumschleppen. So. Zack. Da kommt die Tür rein. Äh. Also hier kommt alles andere. Oder wir machen noch eine Kiste. Hier kommt alles andere rein. Ähm. Außer Essen und Rohstoff. Oder was man irgendwie zum Koffen braucht. So. Dann machen wir uns noch eine Kiste. Okay. Und tun da die ganzen Sachen rein. Also tun da die ganzen Rohstoffe rein. So, das haben wir genug. So. Das haben wir genug. Okay. Das haben wir genug. Wir haben noch eine Kiste. Und dann passen wir noch. Und dann passen wir noch auf vier Kisten hin. und einen Mörser. Den habe ich natürlich da hinten hingestellt. Super schlau. So, und dann würde ich sagen, wir skillen mal Gesundheit. Wieder einmal. Holzknüppel. Damit können wir auch welche schlagen. Und dann werden die halt bewusstlos. Und dafür brauchen wir erst Holz. Und dann können wir die zähmen. So, dann hier Knüppel. So. So. Soll ich jetzt den da knüppeln? Knüppeln. Männlicher. Okay. Nein, bleib hier. Wo läufst du denn hin? Der muss aus dem Wasser rauskommen. Sonst sinkt er auf dem Grund und dann können wir den nicht kriegen. Komm raus. Hä, wo bist du? Ach, der schwimmt da hinten hin. Warte, dann schwimme ich hier hin. Zack. Hey, wo ist denn der denn jetzt hin? Ist das der da hinten? Da, der, oder? Soll ich den? Weil der steckt fest. Das ist ein neuner. Ja. So, Beeren sammeln. Narkobeere, gut. Hab ich. Ähm. Zack. Der mag ihn und Beeren. Okay, weiter sammeln. Da ist ein Dodo. Die zähle ich gleich auch noch. Ähm. Narkobeere reinhauen. Zack. Zack. Welche frisst er denn am liebsten? Okay. Die gelben. Wie heißen die? Amarbeere. Okay. Äh. Amarbeere. Reinklatschen. Verbrauchen. So viele Narkobeeren auch der nicht. Ähm. Okay, 62. 82. 82. Wie wollen wir die nennen? Claudia. Oder? Ähm. Ja, Claudia nennen wir die. Ja. Claudia. So. Annehmen. Claudia. So, und dazu haben wir einen Sattel. Und die können wir dann auch reiten. Ich lasse mal ihre Lieblingsbären da drin, falls sie was fressen will. Nein, du sollst kein Ziel angreifen. Bleib mal hier. Zack. Inventar öffnen. Ne, nicht Inventar öffnen. Äh. Äh. Verhalten. Passiv. Oh. Da hat sie direkt gekackt. Irgendwo hier war noch ein Dodo. Da. Dodo. Weiblicher Dodo. Okay. Dodo. Achtung. Okay, du bist bewusstlos. Äh. Inventar öffnen. Zack. 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 Äh. Welche frisst du am liebsten? Äh. Ich glaub die. Ja. Äh. Ja. Wie nennen wir? Warte, ist das ein Weibchen? Äh. Ich nenn. Ich glaub das ist noch ein Weibchen, ne? Ich nenn erstmal Dodi. So. Ein Weibchen. Natürlich. Ähm. Ja, wir denken uns zu Hause einen neuen Namen aus. Jetzt laufen wir erstmal nach Hause. So. Kommt ihr? Ja. Komm. Komm. Ja. Die kommen jetzt mit. Oh nein. Hä? Was ist hier denn passiert? Mein Spiel ist gecrasht. Nein. Okay, dann war's das auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ähm, meine beiden Dinos oder mein Dino und Dodo, mein Dodo sind noch gezähmt und ja, bis zum nächsten Mal.